Und nun viel Spaß mit dem Hypnotisator. Schauen Sie bitte genau in die Mitte, ungefähr 15 Sekunden lang. Und lauschen Sie den Klang meiner Stimme. Schauen Sie bitte auf den Bildschirm. Gleich werden Sie glauben, das Foto sei lebendig geworden. Auf die Mitte konzentrieren, nicht wegsehen und nicht ohnmächtig werden. Halten Sie sich bereit. Auf meinem Kommando schauen Sie auf das Foto. Fertig? Sehen Sie sich das Foto an. Es sieht aus, als würden sich die Flammen wirklich bewegen. Boah, gruselig. Wie das sieht echt aus, wird schon beim Hinschauen schwindelig. Aber es ist nur eine Fotografie. Kein echtes Feuer zu sehen. Hier, kein Feuer und das sieht so ziemlich echt aus. Sieht sehr echt aus. Ja, das soll es auch, aber es ist gar nicht gefährlich. Und die Wirkung wird sehr schnell nachlassen. Und jetzt tun wir es noch einmal, aber diesmal geschieht das Wunder in Ihrem Wohnzimmer. Ich glaube, das ist keine gute Idee. Nein, nein, das darf ich. So cool, echt. Wir verwenden diesmal keine Fotografie, diesmal verwenden wir Ihren Körper. Nein, nein, nein. Und leider drehen wir am Rad. Schauen Sie in die Mitte des Rades. Gehen Sie nicht weg. In wenigen Sekunden werden wir etwas ganz Unglaubliches sehen. Auf meinem Kommando sehen Sie bitte auf Ihren Handrücken. Betätigt Sie daran keine Angst vor dem, was Sie sehen. Fertig? Schauen Sie jetzt auf Ihren Handrücken. Es sieht so aus, als würde sich die Haut auf Ihren Handrücken bewegen. Voll cool, oder? Das ist ein Gericht. Ein Gericht. Schau das bei uns.